Okay, kleinen Moment, Freunde, das Fernsehen ist jetzt da, ihr müsst am Ende ein bisschen kräftiger klatschen. Also, ihr versucht es. We're going around, going around, around the clock, tonight. Danke, ihr beschämt uns, Freunde. Und zur Belohnung gibt es auch einen wunderbaren Song für euch, den ihr wahrscheinlich alle kennt und wir nicht lernen, den kennen. Es ist ein Song von Felsdomino und der besingt den Himmel, den wir heute noch haben werden, gegen ungefähr 11.30 Uhr sollen die Wolkendänge aufreißen. 30 Grad sind angesagt heute hier über dem Festzelt und dann ab 13 Uhr, wenn sich alles aufgeheizt hat, freuen wir uns schon auf den Fichtennadelaufguss. Apropos Programm, es gibt auch hier bald eine Modenschau um circa 12.20 Uhr haben wir gehört, also schärft schon mal die Augen, dann gibt es was fürs Auge.